willkommen bei unserer neuen podcast reihe share loves homes mit spannenden gästen und experten zum thema alles rund ums haus und herzlich willkommen zu einer neuen folge wohnen und investieren mit eurem björn scher heute mit meinem guten body atem rund ums thema photovoltaik und herzlich willkommen auch sozusagen zur ersten folge share loves homes ja also eine spezial reihe rund um das thema haus und was könnte besser aufs haus passen als eine photovoltaikanlage und dementsprechend freue ich mich sehr dass der liebe atem heute den weg zu uns gefunden hat als geschäftsführer der ultravoltaik ist eine gmbh ist jetzt in schwarzem weg glaube ich mit dem lieben nils zusammen schön dass du da bist mein lieber ich freue mich auf die nächsten wie ich uns kenne er 30 wir versuchen es auf 20 zu komprimieren wir beiden samteltaschen ja genau aber letzten endes was macht die ultravoltaik gut was sind eure schwerpunkte wo seid ihr unterwegs und vielleicht erzählst du ein bisschen wer du bist und wenn ja wie viele sehr gerne ja erst mal vielen dank dass ich heute da sein darf und die erste folge quasi ein bisschen einleiten darf ja mein name ist artem axt ich bin gründer und geschäftsführer der ultravoltaik gmbh mit dem sitz in schwarzenbeg wir konzentrieren uns darauf dass wir eigenheimbesitzer und gewerbetreibende hier in der region dabei begleiten dank einer eigenen fotovoltaikanlage ihre stromkosten zu reduzieren von der beratung über die montage und darüber hinaus sind wir der ansprechpartner und ja ich denke das ist spannend ja weil du auch sagst gewerbetreibende ich habe einen guten kumpel an der stelle liebe grüße an marcel der hat eine firma draußen in möhlen und die haben gerade für sehr sehr viel volumen sich eine riesen fotovoltaik aufs dach geballert und ich lange auch mal mit ihm unterhalten heute geht es primär um den privatkunden aber also auch für gewerbetreibende unglaublich interessantes thema klar höheres volumen vom investment her aber das thema refinanzierung auch spannend mit der amortisierung schauen wir uns mal an also als ich nachgedacht habe okay welche fragen könnte ich den artem heute stellen ich bin ja selber auch eigentümer einer fotovoltaikanlage auf dem dach aber was würdest du generell oder auch wann in welchen situationen würdest du jetzt als als person als geschäftsführer auch einen privaten haushalt dazu raten wenn jetzt da gerade dabei ist zum beispiel zu bauen sollte man eine fotovoltaik aufs dach packen wann lohnt es sich und wenn ich jetzt beispielsweise eigenheim besitzer bin egal was vor einem objekt wenn ich drüber nachdenke ergibt es überhaupt sinn wann würdest du sagen macht das richtig sinn und jetzt vielleicht mal erstmal nur wirtschaftlich betrachtet weil es den emotionalen sind grüner fußabdruck und so weiter wirtschaftlich wann würdest du sagen ist es auf jeden fall ein lohnenswertes investment zumindest mal drüber nachzudenken und es zu berechnen das ist eine gute frage die erreicht uns natürlich tagtäglich von den eigenheimbesitzern hier aus der region und da ist es so dass wir einfach mal schauen wir fragen die menschen erst mal wo liegen überhaupt die stromkosten wie hoch sind diese was zahlen sie die kilowattstunde und auf der basis berechnen wir das tatsächlich also wir gucken dann wirklich wie viel platz ist auf dem dach was ist am ende eine einnahme ausgabe rechnung die man dann am ende des tages macht wie viel zahle ich für den strom wie viel fotovoltaik brauche ich auf dem dach um diesen strom zu produzieren bestmöglich selber abzunehmen und da haben wir immer so ein richtwert eigenheimbesitzer wenn sie so über zwei zweieinhalb tausend kilowattstunden produzieren dann hängt auch ein bisschen davon ab was für ein tarif sie haben und im grunde genommen muss sagen macht eigentlich fast immer sinn frage des motives aber wir gucken unseren wirtschaftlichkeits berechnung immer danach wann amortisiert sich das ganze auch wie sie das ganze final und das macht ihr also auch das heißt ihr kommt zu den leuten hin und guckt euch das dach an guckt euch die abrechnung an macht wir wirtschaftlichkeitsberechnung das natürlich ganz sexy wichtiges thema ok spannend und das 2500 was ist denn das jetzt von haushalt das sind drei personen passt das dann schon ist das durchschnitts oder zwei bis drei personen sind dann auch gleich mal unsere älteren und kunden oder interessenten die denn zu zweit in einem einfachen haus leben gastherme der noch drin und dann genau das wollte ich nicht gerade sagen das natürlich für mich auch immer als entweder als gutachter oder auch in der baufinanzierung worauf die banken natürlich heute extrem schielen ist das thema heizung brutal ja also die gucken dass seit einem ungefähr seit einem jahr fragen sie auch die verbrauchs- oder bedarfswerte ab in der baufinanzierung das war bis vor einem jahr noch gar nicht der fall ganz spannend neues feld und seit neuesten relativ seit neuesten fragen sie bei modernisierung auch die entstehen den entstandenen energieeffizienz bedarf sozusagen ab das heißt modernisierung ja und das spielt natürlich genau auch in die karten immer jetzt mal ein beispiel hast du ein haus aus 1950 dann ist es logischerweise so dass der verbrauch jetzt mal von wärme logischerweise auch aber wenn du alte leitung hast viele geräte und so weiter absolut natürlich auch stromtechnischen höheren verbrauch bei bei heizung ist natürlich noch krasser ja was so energiebedarf betrifft thema wärmepumpen und genau das ist ja das spielt ja irgendwo zusammen ich war also ich habe ja es gibt natürlich auch sinn gar keine baufinanzierung mehr wo die leute wärmepumpen sie also luftwärmepumpen sich einbauen ohne fotovoltaik weil du ja stromtechnisch sonstig dumm und dusselig bezahlt ein thema der nächsten folge mit dem lieben sven zum thema heizung aber da sind fotovoltaik natürlich super für super für geeignet also wirtschaftlichkeitsberechnung dann gucken wie viel platz ist auf dem dach ganz wichtig was generiert ja anlage grundsätzlich muss einfach schauen wenn wir vor ort sind bei dem kunden vielleicht gehen wir da mal über den weg wir haben miteinander telefoniert wenn die ersten rahmenbedingungen abgeklopft geguckt wie viel zahlen sie an strom wie viel verbrauch haben sie wir kommen uns digital farb auch noch mal an wie sieht die dachfläche überhaupt aus wenn wir denn vor ort sind fliegen wir meist mit der drohne einmal ums haus herum nehmen alle maße einmal auf damit wir eine fachgerichte planung später stellen können auf der basis wenn man dann in die details reingeht muss natürlich immer so ein bisschen gucken wie sie die gegebenheiten vor ort aus was muss ich noch instand setzen vielleicht auch am dach wenn es nicht das neueste dach ist spannend hier im norden liebe grüße an die pop doch schon sagen große krankheit elektrotechnik wie sieht es dort im keller aus im hauswirtschaftsraum das beeinflusst natürlich die investition für die fotovoltaikanlage und dann muss man natürlich eben schauen wie kriegen wir das okay ergibt natürlich sinn aber ich noch selber noch gar nicht logisch es muss natürlich auch das drumherum passen wenn das dach von der statik nicht geeignet ist das okay ganz wichtiges thema ja arbeiten wir mit eigenem personal einen dachdecker im hause aber auch mit regionalen dachdeckerbetrieben zusammen wo wir dann wirklich bei komplexeren geschichten die mit ins boot holen experten aus der region und natürlich mit unseren anderen eigenen fachleuten da muss man immer darauf schauen spannend haustechnik auch individuell ist natürlich auch so ein bisschen genau das thema es ist ja auch schön jemanden zu haben der ihn an die hand nimmt von ab ist aber wir kommen ja noch zu euren usps aber letzten ende weil du eben sagt ist investitionsvolumen klar also wenn ich jetzt immer immer jetzt mal ein beispiel also ich bin jetzt eine vierköpfige familie ab jetzt sozusagen ein häuschen gekauft was weiß ich 1982 sowieso der beste das beste baujahr habe dieses häuschen jetzt und jetzt überlege ich vielleicht an der heizung was zu ändern habe ich entschieden ja die heizung kann eigentlich so bleiben das passt erst mal noch aber fotovoltaik könnte ein thema sein weil ich bin jetzt auch ein großer freund von dem e auto und ich habe auch noch ein e motorrad und e roller okay so was kostet dann jetzt mal vielleicht einmal die fotovoltaik an sich betrachtet und was würdest du auch sagen oder auch aus eurer erfahrung von den von den montagen was kommt dann noch an zu an weiß ich nicht speicher wallbox kenne ich zum beispiel oder was kommt dann noch dazu was sind was war worauf muss man sich dann so einstellen sondern fotovoltaik grob also du hast eigentlich die richtigen themen angeschnitten und zwar geht es natürlich um das thema e fahrzeug e auto das muss man auch natürlich sich mal anschauen wie viel fährt der kunde was verbraucher dort was benötigt er an kapazitäten eben um dann vernünftig stangen zu können dann ist es so um mal konkret jetzt mal auf das beispiel einzugehen du hast jetzt gesagt drei bis vierkünftige familie zum beispiel ich sage jetzt mal noch gas brennwert termine aktuelle irgendwas was noch gut funktioniert vielleicht ein aktuales haus hast du gerade genannt oder naja 82 82 das ist nicht ganz praktisch aber im grunde genommen wenn ich mal in die strategie bei uns mal reinschaue liegen die anlagengrößen für die eigenen einfamilienhäuser ungefähr zwischen sieben bis zehn kilowatt peak und da sprechen wir in der regel von einem ertrag von bis zu 10.000 kilowattstunden im jahr die wir produzieren können dann muss man noch ein paar ausfaktoren berücksichtigen naja wenn wir das mal ganz einfach machen angenommen die junge familie verbraucht 5000 kilowattstunden mit der aktuellen heizung fünf bis sechstausend wir können dank einer fotovoltaikanlage bis zu 80 prozent unabhängigkeit schaffen okay das ist ein wichtiger faktor auch mal genau das ist ein wichtiger punkt dann kommt noch mal der speicher mit dazu also beziehungsweise jetzt müssen wir den speicher mit berücksichtigen haben wir einen speicher haben wir keinen speicher weil der speicher bietet uns die möglichkeit dann quasi auch an sonnen die nicht produzierbaren sonnenstunden quasi auch genau also strom zu haben genau wenn wir wenn keine sonne scheint das habe ich so mal genau also wenn du den ganzen tag zu hause bist und nur im sommer ist natürlich super jetzt im winter und dann ab 18 uhr ciao kakao dann wäre meistens wenig sonne hier in hamburg ich weiß nicht wie es im süden der region ist aber okay weil du brauchst den speicher und dann auch in den stunden nacht und so weiter dann verbrauchen zu können das beeinflusst natürlich auch die ladezyklen deines fahrzeuges wenn du ein e-fahrzeug vor der tür stehen hast das muss natürlich auch mit berücksichtigen diese gesamte kombination spielt dann natürlich uns in die karten wenn wir am ende eine solar lösung haben mit fotovoltaik auf dem dach dem wechselrichter kommen wir zu den komponenten und dem richtigen speicher dann ist es so dass wir bis zu 80 prozent eine unabhängigkeit schaffen können dann hängt es auch immer ein bisschen davon ab wie gehen die menschen mit der anlage um tue ich denn mitten am tag denn irgendwie den haushalt machen und mal die waschmaschine starten das auch noch mal ein wichtiger einfluss auf die ganzen faktoren also wenn wir mit den kunden kommunizieren sprechen von 40 bis 80 prozent und das heißt du würdest dann auch raten wenn die fotovoltaik anlage dort ist und man es selber verbraucht nicht wie wir mit einem altvertrag mit 58 cent noch einspeisen ja dann herr ist noch mal ein anderes thema deswegen würde bei mir zum beispiel vor 2028 gar nichts passieren mit eigennutz weil für 58 cent lag ich nicht tot absolut das heißt auch dann gut das ist dann nachvollziehbar wenn sonne da ist tageslicht da ist dann sollte man den auch gleich verbrauchen dass der speicher weil das wahrscheinlich begrenzt auch von der größe das dann ist irgendwann endlich okay verstehe das berechnen wir natürlich auch was ist die richtig speicherkapazität und zu der frage zurück definitiv am ende wir sehen aktuell abrechnung immer noch von über 40 cent die kilowattstunde günstiger wird sie nicht also wenn wir dann waren sind ach du hast das okay verstehe dass wenn jetzt strom beziehst okay krasser scheiß das war deutlich günstiger das war also wir kaufen ja dementsprechend ein deutlich günstiger als wir gekommen deswegen ergibt es auch noch sehen aber okay spannend also 80 ja ja sorry weißt du wo die einspeisevergütung jetzt aktuell liegt 18 ja ja ich bin ja deswegen ja das ist viel es geht wirklich selber nutzen das sagen wir auch unseren kunden bitte schaut dass ihr das das arbeitswirtschaftlich ja es ist man sieht zum geldbeulernen ich habe einen kunden unten guten kumpel den dario das ganz spannend der hat also liebe grüße an ihnen der stelle der hat bei sich auch eine anlage auf dem dach und verkauft an den nachbarn also richtig gewerblich sozusagen der nachbar bezieht günstiger er braucht das ganze nicht der nachbar bezieht günstiger er verkauft tipptopp also wunderbare geschichte meinst du sowas das war jetzt zwar nicht geplant als frage aber meinst du sowas könnte zukunft haben weil ich öfter auch höre gerade wenn ich so als gutachter unterwegs bin so mit professoren und leuten die lange am markt sind die sagen wir sind ja ich glaube dass die heizungsanlage pro haus irgendwann verschwindet das thema fernwärme du stellst irgendwo eine garage weil das eine riesige heizung und versorgst 456 bis zehn häuser könnte irgendwann kommen ist das auch ein thema meinst du protovoltaik sharing also strom das ist das große thema wir waren jetzt vor kurzem bei den stadtwerken hier in gesach haben uns da sehr intensiv unterhalten mit führenden köpfen die gerade dort in die technologie investieren da geht es dann wirklich darum wie kriegen wir diese kilowattstunde vernünftig transportiert kostengünstig effizient und das ist auch die netzstruktur überhaupt auch aushält und mitmacht und wir sehen große unternehmen die schon lange am markt sind die viel geld da rein investieren um eben genau dieses netzwerk auch zu schaffen dass ich die haushalte ob gewerbe oder privat sich vernünftig versorgen können und das ist natürlich auch ein wichtiger schlüssel bei energie brauchen wir alle und diese energie muss vernünftig transportiert werden und zu deiner frage definitiv großes thema sind wir sehr gespannt und stehen auch mit den stadtwerken hier in den regionen in einem austausch weil da haben wir aktuell noch ein großes projekt vor uns wo wir genau solche lösungen mal ansetzen wollen ja ich finde es ich finde es immer auch total interessant sich mit menschen zu unterhalten und so wie also urbanes leben wie sieht es in zukunft aus ja also gar nicht so sehr die makrolage deutschland interessiert mich eigentlich nur bei wahlen wie jetzt wieder gesehen aber in eigentlich interessiert mich ja sozusagen die mikrolage da wo ich auch selber wohne wo so kunden wohnen wie sieht es da aus und ich mache jetzt mal ein beispiel wir wohnen sozusagen in der sackgasse am wald und da sind jetzt fünf häuser jetzt bin ich einfach wir fünf könnten uns locker super gut auch autark mit 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 ein zwei photovoltaik auf dem dach und noch eine fernwärme beispielsweise könnten uns versorgen dass wir da was bräuchten also sind spannende ideen noch mal back to the topic das heißt lohnenswert würdest du sagen immer so ab 2500 3000 also rein wirtschaftlich betrachtet genau wir sind da und da unsere fachberater die wirklich technisch darauf ausgebildet werden auch sowohl technische natur als wirtschaftliche natur das vernünftig zu planen wir sagen in der regel bitte zweieinhalb tausend mal mit dem kunden durchrechnen auch da sind viele schwarze schafe die denn einmal 10 bei 1500 kilowattstunden macht ihr das dach voll mit einer einspeise von 8,2 das wollen wir nicht das ist uns ganz wichtig dass wir die kunden ehrlich beraten wir haben dafür eine klare wirtschaftlichkeitsberechnung wir haben so ein acht schritte system aufgebaut wo wir am ende ganz klar dem kunden sagen können wann rechnet sich das wie rechnet sich das unter auch den faktoren strompreisentwicklung denn auch da vielleicht ein thema interessant für die zuschauer als ich bei den stadtwerken gestach die da eben sehr viele innovationen investieren den markt verfolgen da habe ich mal die frage gestellt was sagt ihr denn zu den strompreisen jetzt wollen es einige nicht wahrhaben das kennen wir auch von unseren kunden ach die gehen wieder runter auf 18 cent und allem was dazugehört wenn man sich die kurve mal anschaut die kilowattstunde selber zu produzieren kostet nicht viel geld wir haben mittlerweile projekte hier in deutschland da sind wir teilweise wenn wir die tarife uns anschauen im minusbereich aber am ende geht es wirklich darum zu schauen wie kriegen wir diese kilowattstunden auch günstig umgesetzt und da ist das große manko dass eben viel in die netzinfrastruktur noch investiert werden muss okay da kommen die netzbetreiber auch kaum hinterher somit kommen wir gar nicht drum herum dass die strompreise logischer natur so wie mir das erläutert wurde eigentlich auch in die höhe gehen werden spannend also nicht es geht nicht um das wir erzeugen strom sondern um erst mal die grundvoraussetzungen zu schaffen das macht okay also infrastruktureller so wie die information ich sag mal ich will mich da nicht so weiter so ja 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 aber spannend und das zum thema wirtschaftlichkeitsanalyse auch das berücksichtigen wir dann auch dass die strompreiseentwicklung natürlich dort auch prozentual mit eingenommen wird dass man auch wirklich mal sehen kann auf 10 20 jahre wie das jetzt ist ja im prinzip ist das ja eine parallele ich kaufe mir ein haus um unabhängig zu sein vom vom miet und das ist ja das gleiche bei mieten ja also es ist ja völlig disillusioniert zu sagen die mieten werden nicht steigen also ich habe noch nie ein mietminderung schreiben erstellt bei meinen wohnungen oder häusern und deswegen glaube ich fest daran das steigt und wenn man autark sein will und es selber in der hand haben will zinsen rauf oder runter dann muss ich etwas kaufen und so ist es ja genauso wenn ich mich unabhängig machen will von dem thema strom dann muss ich einfach dafür sorgen dass ich selber strom produziere und wenn ich an die heizungsanlage denke ich hatte gestern kunden hier erdwärme und was es nicht alles gibt dann muss ich mich unabhängig machen von von externen bezug und muss dafür sorgen dass ich selber wärme oder auch geschichten und strom produziere dass man könnte es weiterspielen man könnte sagen ich brauche auch noch einen garten also einen gemüsegarten wo ich dann also autark ist glaube ich immer ein spannendes thema und sich unabhängig zu machen von von zulieferern und vielleicht auch lieferketten die jetzt ja vielleicht auch nicht ganz so ökonomisch also es ist ein großes thema also ja ja absolut also das ist ja auch ein motiv unserer kunden die unabhängigkeit neben der wirtschaftlichkeit natürlich auch wie du schon sagst der grüne fußaufdruck aber das sind schon zwei große hauptfaktoren eben unabhängigkeit und wirtschaftlichkeit anschaffungskosten was würdest du sagen im schnitt zu 25 liegen wir da ungefähr oder 20 es kommt halt eben darauf an wie sehen die gegebenheiten aus hatten wir schon angerissen das thema das müssen wir uns nicht mal anschauen auch da habe ich dir einfach mal ein paar zahlen datenfakt mitgebracht ich habe jetzt mal geguckt unsere durchschnittsanlagen wir haben ja von sieben bis zehn kw gesprochen die preise sind momentan ziemlich runtergegangen vielleicht hat sich der ein oder andere schon mal verfolgt in den medien china die fluten an modulen wechselrichter speichern allem wir merken es auch beim großhandel die bieten uns ganz viel an aber unabhängig davon ist es so dass hier ungefähr bei zirka ich sage jetzt mal im raum umgeschmissen einfach mal 20.000 euro liegen also die 25.000 war mal so eine so eine goldene markt das habe ich noch so im kopf bei den kunden ich sehe immer nur die kalkulation in der frage das inhaltlich logischerweise auch nicht ich sehe posten pv-anlage 25 im kopf da muss man eben gucken neuer zählerschrank pappdocken in stand setzungen was ist dort noch zu berücksichtigen noch mal gesonderte komponenten die noch berücksichtigt werden und aber ich habe heute mal die zahl 20 knapp unter 20.000 mitgebracht das sind unsere durchschnittsanlagen und vielleicht motiviert es auch mal den ein oder anderen noch mal zu sagen hey bei der summe macht es vielleicht noch mal spaß auch mal weil das ist auch ein faktor vieler kunden gewesen in den letzten jahren früher waren wir noch zu teuer aber wir merken das ja und das ist das ist wie der fand auch fanden ein bisschen witzig weil ich habe beispielsweise auch als gäste demnächst mal den ceo von project also wenn es darum geht wenn ich beispielsweise einen modernisierungskredit aufnehme für die 20 was viele machen einfach zu sagen okay wie kriege ich es finanziert wenn ich selber beispielsweise das nicht aus einer tasche zahlen will gibt es da nur zwei möglichkeiten entweder einen ganz normalen kredit als modernisierungskredit über eine bank da beispielsweise die die psd richtig geile geschichten 15 20 jahre also auch lange lange laufzeiten was zinsbindung betrifft oder halt so ein blank kommunisierungs dann über bauspassen bausparkassen da habe ich die wüstenrotter und die hatte leipziger als beispiel und dann kann man gucken was passt am besten zu einem aber 20 ist ja auch eine über ein schaubbares investment sag ich mal gerade eben auch das thema refinanzierung vielleicht nach und da was würdest du so sagen wann wann also natürlich immer wieder abhängig ist logisch aber wann amortisiert sich so ein investment so pi mal down unsere empfehlung ist da zwischen 9 und 14 jahren entnommen wenn es darüber hinaus das gehen wir ganz klein die kommunikation was ist ihr beweggrund aber zwischen 9 und 14 jahren sei es ein gesunder wert für dich ja würde ich auch sagen und wenn man dann beispielsweise die finanzierung genau auf die zeit auch so ein bisschen strecken sagt okay nach habe ich alles in das ist ja das ist ja immer so dass klar es gibt dinge aber gerade in dem sensiblen bereich würde ich immer darauf achten dass ich qualität habe eine gute montage ein bisschen gewährleistung oder so ich habe mir noch 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 eine wichtige frage also die die mich auch interessieren würde von der reihenfolge der schritte also ich sage jetzt das klingt ganz geil so und ich schreibe euch mal und ich mache einen termin für mich mal also ihr kommt dann rum und wir machen eine begehung und schauen machen eine aufnahme anamnese hätten wir damals im studio gesagt machen eine anamnese dann merken wir okay wo müssen wir daran arbeiten könnte ich jetzt ein paar stellen bei mir nennen aber wir gucken uns das häuschen an und ihr macht analyse dann macht ihr eine wirtschaftlichkeitsberechnung macht einen vorschlag was aufs dach optimalerweise rauf sollte nicht zu viel nicht zu wenig genauso wie es passt wenn es dann in die umsetzung der finanzierung steht alles wunderbar wie sind dann die also wie lange braucht ihr für die montage und wann kann ich dann die anlage auch in betrieb nehmen also wann nicht wie lange dauert das ja also wenn ich dir jetzt ein robot hier rüber schiebe und sagt so das machen wir ja auf geht's dann kalkulieren kalkulieren wir ungefähr in zeitraum von vier bis fünf wochen wo denn die modul auf dem dach sind auch kurz schnell das genau also in einigen projekten sind wir parallel laufen wo wir dann auch wirklich schon die montage der elektrotechnik komponenten die sogenannte ac seite die montage sagen wir das bei uns immer gleichstrom wechselstrom ganz kurz interessant genau und darauf folgend im klassischen aber ist es so dass denn das elektrotechnik komponenten montiert also wir sprechen von dc die dachmontage die leitungen die nach unten führen zu der ac montage ac seite wo denn wechselrichter speicher das muss ein anderer abnehmen glaube ich das war einmal okay erst mal kommen die jungs vom dach dann kommen die elektriker die meister die nehmen das ganze am ende auch mit dem netzbetreiber gemeinsam ab es wird eine netzanmeldung wir machen das in der regel so und das sollte man auch so machen ganz wichtig wenn wir mit dem kundenberater oder wenn unser fachberater vor ort war wir alles geklärt haben gibt seine netzanmeldung da wird die anlage erst mal angemeldet okay das muss man eigentlich tatsächlich auch und sich erstmal eigentlich das go holen ob es dann auch so okay ist ja dann geht es in die montage und dann wenn die fertigstellungsmeldung also das heißt wir haben alles fertig montiert wir haben die abnahmeprotokolle erledigt dann gibt es eine fertigstellungsmeldung beim netzbetreiber dann hat er zeit eben sich zu melden mit einem termin entweder haben aktuellen zähler wo wir dann sagen können so blüht können wir zünden oder es kommt noch mal jemand rausgefahren und dann wird es gemeinsam mit einem unserer techniker oder meister abgenommen und dann fertig dann dauert das ja doch deutlich länger als die vier bis fünf wochen sondern wie lange das für zu sagen zwei drei monate ja wir kommunizieren aktuell circa zehn bis zwölf wochen das hängt wirklich davon ab mit welchen netzbetreibern man zu tun hat weil da sind die wirklich sehr unterschiedlich wir haben aktuell hier wie alleine mit über 25 netzbetreibern zu tun in den ganzen regionen schwarzenbeg 50 kilometer ja und da das muss man ganz klar kommunizieren beim kunden spannend ja gut aber letzten endes drei monate total ich hätte jetzt eher gedacht so weißt du halbes jahr oder keine ahnung ich höre ja von verschiedenen gewerken also ich habe natürlich dann wenn beispielsweise ein umbau stattfindet ein architekt finde aktuellen architekt jetzt mal als bleistift finde man architekt der gerade kann finde mal ein tischler finde man so also das sind ja schon ganz andere hausnummern wo ich immer sage ja super wenn wir dann sechs monaten die zeichnung haben dann brauchen wir sechs monaten auch erst antanzen bei der bank ja okay das ist ja dann relativ schnell cool man darf meiner pv-anlage nicht unterschätzen dass die bürokratie im hintergrund nicht unwesentlich ist also die module auf dem dach das kriegen wir auch zu zweit in zwei drei tagen hin wenn wir gut angelernt sind dann die elektrotechnischen komponenten zwei bis maximal drei tage und dann sind wir eigentlich ja durch damit aber im hintergrund laufen die prozesse wie die netzanmeldung alle unterlagen einholen flurkarten auch das müssen wir berücksichtigen bei der anmeldung also das sind viele aus der vergangenen branche wo wir uns ja ursprünglich herkennen große themen und an der stelle muss man das halt eben wissen und wenn wir arbeiten sehr viel mittlerweile mit digitalen system klaren strukturen bei uns im prozess dass jeder handgriff bestmöglich sitzt damit wir den kunden halt eben durch das durch den prozess gut durch begleiten weil der netzbetreiber meldet sich auch bei dem kunden marktstammdatenregistrierung ist schon mal ein thema weil man muss sich halt auch registrieren wenn eine fotovoltaikanlage installieren möchte man braucht ja auch die betreiberhaftpflicht und so genau die versicherungstechnischen argumente in letzter zeit habe ich öfter auch kunden die einfach sagen ja ich baller mir so eine kleine pv-anlage auch aufs carport ich baller mir auf meinen saunachaus und keine ahnung ja also tatsächlich hatte ich auch mal bei unserer sauna drüber nachgedacht wir haben so einen 9 kw ofen ist es nicht so dass wir jeden tag darin schlafen und also nicht dauerbehalt aber dann bräuchte ich da ja aber auch einen speicher weil meistens sind wir dann abends ja also ok und dann ist wahrscheinlich schon nicht mehr so rentabel oder also für so ein kleines ding ist eher quatsch dann macht das nicht unbedingt wirklich sinn wenn ihr wirklich wisst ihr macht es abends dann nennt man die große vom dach andere frage was hältst du von diesen fällt mir gerade so spontan ein jetzt sind ja immer wieder diese hier diese balkon und und terrassen pv-anlagen diese klein also ist ja eigentlich witzig das ist ja im prinzip du haust dir da so einen so einen so eine matte da an dein balkon und dann hast du da ein bisschen ist also einfach formuliert würde ich sagen nie mit auseinandergesetzt aber dann hat man dann lässt man den fernseher laufen oder was also grundsätzlich dazu muss ich sagen jetzt kommt natürlich auch der unternehmer dahingehend aus mir mit meiner mission jeder der erst mal was dafür tut dass wir alle grüner werden der umwelt zugute ist es schon mal gut sympathisch aber jetzt kommen wir mal zum real talk also ist das grundswert so also wenn wir das mal ausrechnen wenn wir da so ein 800 watt system haben das sind zwei module in der regel zwischen 600 800 watt relativ leicht ausrechnen und wenn man wirklich das item am tag brät die das handy drüber auflädt dann macht das ja auch schon was also dass am und dieses eigentlich auch schnell wie gesagt da kann sich jeder mal sein handy zücken und mal sagen 600 kilowattstunden a 30 bis 40 cent kann man sich halt immer ausreden wie oft man ein ei braten kann oder sich ein handy aufladen kann ja kann man machen vor allem für mieter bei klassische balkon kraftwerke why not so als eigenheimbesitzer definitiv auch carports also da haben wir auch eine tolle lösung mittlerweile zwölf module 15 module die wir vernünftig installieren können sechs mal acht so klassische maße die wir da haben können wir schön in den keller reingehen spart platz man sieht sie auch teilweise nicht so gut auch da muss ein bisschen schauen wie und das ist ein großes thema auch setzen wir die module an haben eine ostwest belegung oder haben eine reine belegung und bei ostwest sage ich immer ganz gerne rechnen sich die anlagen teilweise noch besser weil wir halt eben in der laufzeit die sonne viel besser einfangen können als manchmal in der spitze über die südausrichtung halt diese faktoren uns zum beispiel ein thema ich habe ja bei uns beim haus haben wir neun stromkasten und einem so dran ich habe mir auch lehrrohre schon sozusagen nach vorne legen lassen immer stark strom im keller tatsächlich auch nach vorne legen lassen und vielleicht auch den speicher damit noch ein bisschen auf so was anderes zu laden wie auch immer aber das ist auf jeden fall ein spannendes thema glaube ich und man muss dann ja irgendwie logischerweise im keller oder kann man auch kann man ein autarkes netz auf dem carport ohne dass man sozusagen also was ich meine ohne dass man an den hauptzähler oder an den an den stromkasten unten ran also gibt es sowas möglichkeiten oder muss das immer zwangsläufig okay okay alles klar definitiv das will ja auch gar nicht zu tief da in die materie gehen die anfang haben wir anmelden schon aber gibt es eine möglichkeit dass man ein beispiel jetzt hat bei uns jetzt nicht aber nehmen wir mal ein anderes beispiel das cardboard wäre sehr weit weg vom haus beispiel und man will aber gar nicht zum haus nachher irgendwas legen so to say kann man dann sich einen eigenen zähler auch da an den carport mit hin also gibt es möglichkeiten weißt du das ist spontan jetzt aber aber wir müssen wir müssen schon am netz angeschlossen sein je nachdem was wir an leistung haben okay alles klar dass man einfach genau der wechselrichter ist erst mal dafür da um den strom quasi zu wandeln damit wir den wirklich bedarfsgerecht auch nutzen können sicherlich gibt es da gute lösungen für aber nicht wir gehen erst mal natürlich den klaren weg beim netzbetreiber anmelden weil da geht es auch um das thema weiter netzfrequenzen und ein was dazu gehört also da haben schon die netzbetreiber sicherlich auch was mit zu tun dass das netz auch hier bei uns in deutschland stabil ist weil wir haben diese energiewende natürlich auch echt ordentlich angeschoben das hast du sicherlich mitgekriegt die energiewende nenne ich das so schön da muss auch ordentlich investiert werden ja der robert in die infrastruktur ja der ist nicht so gut abgeschnitten das ist ein anderes thema wenn jetzt aber jemand kein hohlrohr beispielsweise schon gelegt hat also wie kriegt man das denn jetzt mal rein einfach mal so aus dem aus der neugierde heraus jetzt baut sich jemand vorne ein neues carport ballert sich der photovoltaik um drauf und sagt olle olle und wie konnte jetzt aber schießt ihr das dann oder wie kommt man in den keller wie wir es konkret machen ja du hast ja zu anfangen den nils kruse kurz erwähnt denn nils kruse hat ein dienstleistungsunternehmen der auch gerade hier bei euch in der ortschaft hier geflastert das lösen wir natürlich dann direkt wir gucken mit dem kunden gemeinsam wo möchten wir die lehrruhe laufen lassen gucken wie tief wir natürlich gehen das natürlich auch von den bewitterungsverhältnissen auch alles berücksichtigt wird dann brauchen wir noch unten rein wenn es alles passt gucken wie sehen die gegebenheiten vor ort aus dann können wir auch 15 20 100 meter jetzt übertrieben gesagt dann auch das lehrrohr legen und dann die leitung durchziehen geschießt ihr das oder muss dann aufgebuddelt werden oder wie läuft sowas also genau in der regel ist es dann aufbuddeln leitung reinlegen und dann natürlich mit dem zukabel eben rausziehen oder es gibt verschiedene systeme wo man dann etappenweise eben das kabel durchziehen kann erfahrungsgemäß wie ein carport fünf bis zehn meter 15 meter man muss ab einer gewissen distanz eben berücksichtigen dass man einen gewissen überspannungsschutz noch mit einplanen muss auch das wird manchmal vergessen bei einigen betrieben auch da sind wir natürlich strikt hinterher dass die qualität auch gewährleistet wird vergleich zu anderen bewerbern muss man eben gucken dass technisch auch alles vernünftig geplant auch ist spannend alles aber kann man alles machen also fotovoltaik lohnt sich die viele möglichkeiten individuelle betrachtung es gibt auch zuschüsse ich mache es jetzt ein bisschen komprimiert und der zeit ja bafa wäre ein thema genau die bafa könnt ihr alle mal auf bafa.de gehen also jemand spricht und amf und ein b und doppel a bafa.de fotovoltaik eingeben je nachdem was man dann dort sich leistet gibt es eben zuschüsse paar prozentsätze von gewissen volumina genau dann passt es das ist ja auch dafür genau da ja wenn man es nicht über die café machen will es gab ja früher auch ganz viele tolle fördermöglichkeiten über die café das ist ja hart eingeschränkt mittlerweile nichts mehr und genau ja also wenig es gibt eigentlich nur noch für das thema sanieren wo ich sage wenn du also eine bestandsmobilie nimmst und die kern saniert und zum effizienzhaus umwandelt dann ist das noch sexy da gibt es dann tilgungszuschüsse sexy darlehen das ist aber das einzige das einzige modul in deiner sprache zu bleiben was bei der café wirklich noch sexy ist der rest ist einfach schuldigung schwierig ein kleiner tipp von mir was wir immer wieder erlebt haben ist vereinzelt gemeinden und städte vielleicht ist auch für die zuhörer ganz interessant gesagt hat es das letzte mal gemacht machen so kleine fördertöpfe auf also wo es dann irgendwie heißt mensch wenn du dir einen speicher noch installiert bekommst du pro kilowattstunde noch einen kleinen zuschuss das machen tatsächlich regionale gemeinden und städte also auch da immer mein appell einfach mal nachfragen wenn es jetzt gerade von der großen café nichts gibt und die grundsätzliche du hattest mich ja damals schon vor unserem gespräch ja die fragen sind wir durchgegangen mehrwertsteuer also das ist vielleicht immer wieder zu erwähnen ist mittlerweile in aller munde wie lange werden wir das haben wissen wir nicht wir bangen eigentlich jedes jahr darum dass sie sagen wird ein bisschen aufwendiger wieder solange die noch bei 0 prozent liegt ist definitiv rentabel genau also auf bafade zuschüsse ich rat beispielsweise auch wenn wenn jemand saniert in dem fall seltener aber wenn jemand baut zum beispiel forget café und zieht ihr alles über die buffer also heizung was es nicht gibt es gibt bei der kfw auch coole programme altersgerechtes sanieren was damit mit sicherheit zu tun hat also es gibt schon coole sachen kann man gucken die kombinatorik ist entscheidend aber letzten endes da sich ein bisschen was wieder zu holen ist natürlich auch immer ganz sexy ich will jetzt nicht zu sehr reingehen das thema iab also wenn es geht ja nicht darum dass wir jetzt große botanlagen kaufen 100.000 euro wo ich investiert zum abschluss betrag und und sonder erfahren was nicht alles das meinen wir ja heute gar nicht das ist auch noch mal interessant aber zum anderen zeitpunkt aber zuschüsse sich zu holen und meines wissens nach sollte man das vorher beantragen bevor es stattgefunden hat also das ist auch bei der kfw man ganz schwieriges thema bitte 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 nicht beginnen und irgendwas machen und dann zur kfw dann zu sagen ich hätte gerne noch schwierig leute also von daher erst beantragen dann umsetzen bestätigen lassen braucht man neben euch noch einen energieberater einen effizienzberater der das dann ratifiziert thema kfw online bestätigung oder oder könnt ihr das auch mit abwickeln habt ihr menschen im haus die das unterschreiben können meistens sind ja die heizungsbauer die die einzigen sind die das okay also tatsächlich ist es so wie wir mit wichtigen essentiellen kooperationspartnern wie mit dir aber auch mit anderen regionalen energieberatern zusammenarbeiten achten wir darauf dass wir intern im haus auch die kunden beraten können unser motto ist immer ganz gerne alles aus einer hand kurz mal info abend da haben wir schon mal drüber gesehen tatsächlich so durch die decke gegangen da müssen wir auf jeden fall mal noch mal mit hier noch mal was machen genau diese themen zu klären und da wollen wir auch vermehrt jetzt auch für unsere eigenheimbesitzer oder interessenten den abend bieten dass man eine stunde mal über das thema finanzierung sprechen kann sanierung und genau an diesen in diesen momenten an diesen abenden sprechen wir halt viel über diese theme da wird auch mal diskutiert gesprochen welche situation bewegen sich die leute und ja wir holen uns den experten mit ins boot abschließend aber ich schon viel gequatscht haben das war aber klar ultra voltaik ja also was sind eure eure usps wo ihr sagt okay das unterscheidet uns vielleicht von anderen und wenn jemand aufgrund dieses sympathischen gesprächs sagt ey den die muss ich mal zu mir holen weil wir ja auch regional stark unterwegs sind ja immer auf eure seite aber was macht euch aus genau was sind so dinge wo das deswegen eigentlich wir so und vielleicht nicht woanders ja kurze vor geschichte als wir vor mehreren jahren das unternehmen gegründet haben waren wir in der situation wo wir mit einem größeren unternehmen zusammengearbeitet haben wo es denn erstmal losging rein nur die montage unterstützen subunternehmer und 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 dann haben wir so eine situation gehabt lief eine kundin bei uns ins büro rein und sagte ja sie haben den auftrag gekriegt sie sollen irgendwie die anlage für uns bauen wir warten schon sechs monaten und den berater kriege ich auch nicht mehr erreicht genau in dem moment habe ich festgestellt aha eine fotovoltaikanlage ist doch nicht ganz so einfach gebaut sondern dazu gehört vernünftige planung eine gute beratung das im besten fall alles aus seiner hand läuft die montöre auch quasi in einem hause laufen und da haben uns dazu entschieden wirklich in die vollen eisen zu gehen und das thema so ein bisschen nach vorne zu bringen zu revolutionieren vorsichtig gesagt und die ultravoltaik gmbh ist mittlerweile regional stark aufgestellte regionalität ist quasi so ein bisschen das thema bei uns alles aus einer hand bestmöglichen service für den kunden da zu sein eine gute handwerksdienstleistung anzubieten mit eigenen leuten eigenen elektrikern meistern montoren auf dem dach eigenen kundenberater nicht irgendwelche handelsvertreter mit falschen versprechungen im indienst eine gute erreichbarkeit wenn der kunde mal probleme hat beschwerden hat und darüber hinaus wir arbeiten momentan an einem kleinen forschungs labor nennen wir das wo wir neue wechselrichter technologien mal ausnutzen können prüfen können denn auch den kunden mal dabei unterstützen können wenn er was man hat mit seiner anlage weil bauern tun gerade alle und können alle und alles schön und gut aber was er eben darüber hinaus des weiteren ist es so dass bei uns der kunde eine bauzeit und festpreis garantie genießt das ist auch immer sehr sehr wichtig planbarkeit also das ist für mich wäre für mich auch als kunde ein ganz wichtiger punkt sondern man ja es kommt nicht noch hier was dazu und danach stellt das aber auch noch vergessen so nach dem motto und dann ist ja wie bei vielbrock bei euch also vielbrock hat das einzige argument man weiß genau wo man fertig ist ein arsch teuer genau man weiß genau wo man fertig ist ja und natürlich auch so ein bisschen das thema regulierung aber letzten endes vielbrock du sagst es auch da wenn wir so ein krise anschauen eigene leute eigene mitarbeiter die sich wirklich in den bereichen kümmern nicht alles versucht und durch gesuppt und dann ist der weg und regressfälle gewährleistung und 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 auch da haben wir alle unsere erfahrungen gemacht und haben uns dann ganz klar gesagt wir wollen es mit eigenen leuten machen wir wollen es das unternehmerisch auch wirklich die herausforderung annehmen und wirklich ein starker player sein auch hier in der region und auch schräg schräg norddeutschland wirklich die menschen damit glücklich machen mit einer langfristig und das ist natürlich auch genau die kunden die die zum finanzhafen oder zu mir dann auch kommen weil sie einfach sagen hier habe ich alles aus einer hand kann ich meine versicherung machen kann ich meine bau viel machen meine immobilien machen bisschen steuern ich darf zwar nicht beraten aber bei denen habe ich trotzdem depots und und wenn du dann noch ein geiles und die beiden heute morgen auch die kunden im gespräch gesagt wir finden es geil dass du einfach netzwerk hast so ja also wir brauchen das ich habe ja das ist das a und o kontaktgeschaden und den der sie nicht hat sensational ich gucke auf die uhr und stelle fest scheiße haben wir gesappelt aber es war geil also es fand es waren viele spannende themen also auch sachen die mich tatsächlich interessieren an der stelle weil ich auch noch mal irgendwann mit dem thema berührung kommen mein lieber atem herzlichen dank das war richtig cool und meine liebe zuschauer meine lieben zuhörer hörerinnen und männlich weiblich und divers wenn ihr bock habt ich wir haben euch hier die foto die ultravoltaik ordentlich rein in die post markiert ist und wenn ihr bock habt dann meldet ihr euch einfach bei atem und wenn ihr generelle fragen habt schickte sie mir ich dachte sie sowieso atem weiter also von daher passt es vielen dank mein lieber ich habe auch zu danken dankeschön sehr gerne und für euch eine kleine vorschau in der nächsten folge haben wir den lieben sven bei uns am start und sven ist mein mann wenn es ums thema heizung und bäder geht also alles was gibt es für verschiedene heizungsanlagen worauf sollte man achten also match so ein bisschen mit dem was du auch gemacht hast und vor allem aber auch bäder was gibt es da für möglichkeiten worauf sollte man achten wenn ihr badsanierung vorantreiben wollt also sehr tun wie dahin es heißt share loves homes in dem fall liebe grüße alles gute und bis bald euer björner